Moin Leute, was geht? Mein Name ist VitoGames.com auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu GTA 5 Online. Hier sehen wir nochmal... Wo bin ich denn? XLIS Libanon Elite! Moin 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 Moin! He! Hammerding! So. Oh, ich glaub da kommt was an. Da kommt was. Da kommt was, da kommt was, da kommt was. Also, ich muss wirklich sagen nochmal, ich muss ja wirklich nochmal ein Lob an Rockstar Games rausbringen. Also wie die das bringen, wie sie das schaffen, mich so lange hinzuhalten. Ne, also als Zocker meine ich jetzt. Ich bin eher so einer, der sagt, also ich zock ein Spiel und irgendwann wird's bei mir langweilig. Aber GTA 5 auf der PS4, Next Gen, First Person. Hey, das macht immer noch Bock, das macht immer noch Laune. Und hätte nicht gedacht, dass ich immer noch Spaß hab an dem Ding. Und ja, ich find's einfach noch immer geil. Schaut's euch an. Soll ich da noch was sagen? Ich bin hier in First Person, in GTA 5 und hab hier noch ne geile Waffe am Start. Fahr hier Auto. Hör ein bisschen Winwood Boulevard Radio. Mehr kann man nicht erwarten. Mehr kann man nicht wollen. Vielleicht noch Tiere in GTA. Okay, aber dann ist die Messlatte erreicht. Wir verkaufen jetzt mal ein Auto, würde ich sagen. Gehen wir zu Los Santos Customs und verkaufen mal die Karre. He! Nehmen wir das mal rein hier, würde ich sagen. Ach, scheiße, Mann. Ich hab die Bullen am Start. Ein Maibatsu Penumbra Sportwagen. He! Ich denke nicht, dass er viel wert ist. Ja, immerhin 2000 Dollar. Da kann man sich Munition kaufen und wieder einen neuen Amoklauf starten. Würde ich mal sagen. What the fuck, Mann! What the fuck! Was soll denn der Scheiß, Digga? Was tust'n du da? Passiv, 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 passiv Modus rein. Ach, Mann, war das knapp. Ach, scheiße. He! Kann ich nicht in deine Karre rein, oder was? Aha, da hat jemand Karre zulassen gedrückt. Mal gucken, was das ist hier. Oh, nice. Da hat sich einer was gegönnt. Was ist das? Hast du dir das gegönnt? Da hast du dir aber ordentlich was gegönnt. Dankeschön. Das ist meine Karre, gell? Wunderbar. Gratis Autofahren hier. He! Ich hab nicht mal dafür gearbeitet, für dieses geile Auto. Und es ist Wahnsinn. Ne, in ein Auto sollte ich vielleicht doch mal investieren. Ne, das ist nice. Ach, he! What the fuck! Hast mich erschreckt. Wer war denn das? Warte mal, da ist ja blau markiert. Hey, Milch! Ich mach grad ein YouTube-Video. Nicht wundern. He! Boah, was ist denn hier los? Kann ich... Cool, ich bin in dir... In dir drin. Ich bin sozusagen im Passiv-Modus, im Geisten-Modus. Ich hab mir mal was gegönnt, Milch. He! Besser gesagt, geklaut. Boah, geil! Ein Motorrad in First Person. Der kann jedes Auto einpacken hier. Was ist denn das hier überhaupt? Können wir es gleich mal testen. Und wenn es gut ist, können wir es kaufen. Ach, kack, Mann. Ich kann es nicht... Ich kann nicht rein. Da hinten müsste der Juwelier sein. Ja, können wir mal rein. Also, wie rennt man nochmal? Genau, hier geht's rein. Und da müsste man sogar reinkommen. Ach, scheiße, Mann. Wo ist denn das? Ach, hier! Scheiß Passiv-Modus. Ich muss ihn mal rausmachen. 3, 2, 1. Hey, ich bin im Passiv-Modus. Scheiße. Nein, Mann! Mardi-Fisch! Ach! Ja, auf jeden Fall war das eine kleine Runde GTA 5 Online. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Der Milch war noch dabei. Und haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 4. Und ciao! Und wir gönnen uns noch diese First Person Ansicht von diesem, keine Ahnung, oder das Maserati? Audi? Ja. Maserati. Oh, schön animiert. Haut rein! Bis dann! Ciao!